So, hallo, willkommen zum dritten Teil von Pokémon XD Der Dunkle Sturm. Im letzten Video haben wir ja diese Raserin hier besiegt und ich habe mir mal überlegt, ich werde jetzt meine Pokémons nach den ersten drei Abonnenten benennen, die ich habe. Da ich schon einen Abonnenten habe, werde ich jetzt auch gleich ein Pokémon nach ihm benennen. Also, wer mich abonniert, der kann damit rechnen, dass ich mein Pokémon nach ihm benenne. So, ich werde meinen Lugia umnennen. Und zwar zu meinem ersten Abonnenten. So, Lugia Lp ist mein erster Abonnent. Und ihr seht, ich habe meinen Pokémon nach ihm benannt. Das werde ich mit den ersten drei bis vier Abonnenten machen. So, mal schnell schauen. So, gib mir mal schon mal. Ich habe einen Morsuch. Giflor habe ich selber. Morsuch mei habe ich nicht. Ich habe nur einen Morsuch. So, und ... Mal ein Stück weiter nach hinten rücken. Äh ... ... Kaskade. Oh, toll. Oh, Mann. Na ja, okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Und erledige es denen mit mehr. Ach, ich geh jetzt mal noch zum Kryptolabor und dann mach ich mal ein paar Kämpfe. Um, hier. Okay, gehen wir mal raus. Okay, mal schauen, ob wir die erledigen können. Auch wenn sie 15 Level überlegen sind, naja. 14 Level. Level 31, glaub ich. Ja. Oh! Okay. Cool. Okay. 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 gegen wen kämpft man jetzt noch gegen den ja machen wir das denn mal spukball aufwählen ok das ist ja nicht so tragisch so aufwählen so aufwählen so aufwählen Ja, sagst du doch. Luftstoß und... Machen wir mal ein Blubstrahl. So, okay, den habe ich besiegt. Ich mache hier erstmal wieder Schluss. Nicht vergessen, die ersten drei Abonnenten werden... ...an meinen Pokémon... ...nach meinen Pokémon benannt. Ne, andersrum. Meine Pokémon werden nach den ersten drei Abonnenten benannt. Wie ihr hier seht, der erste Abonnent, LutzeLP, hat schon sein Pokémon bekommen. Okay, gut. Ciao. ... ... ... ... ...